Hallo und guten Tag liebe Zuschauer oder bei diesem Video wohl eher Zuhörer, denn wirklich viel zu zeigen gibt es wirklich nicht, bei meinem kleinen Zwischenvideo, denn nach dem Let's Play von Clive Buckers Jericho, ich hätte jetzt bald was Neues gezockt, die Videos sind endlich alle oben, aber es ist ja viel, alles könnte man sagen, viel, sehr viel falsch gelaufen, war mein erstes Let's Play, natürlich, Intro und so weiter ist die eine Sache, es sind ja nur Sachen zur Verschönerung, aber ich meine es sind einige Fehler gelaufen, ich wollte jetzt kurz hier was besprechen. Damit das ganze Glabern nicht allzu langweilig ist, ist vermutlich sowieso, aber egal, lasse ich im Hintergrund einfach mal ein paar Bilder durchlaufen von meinem lustigen Comedy-Fun-Ordner, der sich mit der Zeit angesammelt hat. Und ja, eigentlich wollte ich das Video nennen, eigentlich wollte ich das Video nennen, Pleiten, Pannen, Peinlichkeiten, Kuckuck zockt, das große Entführungs-, Quatsch, Entführungs-, Entschuldigungs-, Einführungs- und Erklärvideo. Aber der Titel war zu lang, zu kryptisch für YouTube und aus eben diesem Grund ist es halt einfacher geworden und ich werde einfach so ein bisschen reden. Also, das mit dem falschen Bildformat hat sich jetzt behoben, das werdet ihr bei Ignite direkt sehen, da werden keine schwarzen Balken an einem vier Seiten mehr sein, höchstwahrscheinlich. Ich hatte einfach das mit dem 16 zu 9 und 16 zu 10 nicht richtig drauf und darum ist es falsch. Mit dem Mikrofon denke ich, klappt soweit, man hört mich, man hört den Game-Ton, also dürfte kein Problem sein. Und ja, kleine Beschreibung, Videos für 20 Minuten maximal, dauert effektiv hochzuladen, aber es dürfte euch ja weniger interessieren. Und als nächstes zockt wird das Spiel Ignite, damit fange ich auch direkt bald an, nicht direkt mit dem Zocken, sondern mit einem kleinen Intro-Video zu dem Ganzen, aber das werdet ihr dann sehen, ist ziemlich behindert, aber hey, warum nicht? Ja, Clive Parker's Jericho habe ich am Ende schon ein kleines Fazit gesagt, ich bin angemeldet in einem Forum, in dem ich regelmäßig Reviews schreibe, wenn ich was gucke, wenn ich was höre, was auch immer mir gerade einfällt, einfach weil ich recht gerne schreibe. Und auch zu Clive Parker's Jericho habe ich ein kleines Game-Review geschrieben, dazu den Link werdet ihr in der Beschreibung finden, also wer will, könnte dann sehen, wie insgesamt jetzt meine Wertung dazu ausfiel, wie es euch gefällt oder nicht, könnt ihr ja Kommentare schreiben, wenn ihr Bock dazu habt. Natürlich erst, wenn das Video hier gewissen Zulauf findet, das findet sich jetzt noch nicht, dem bin ich mir bewusst. Ja, also das war's, was ich gesagt haben wollte, Coco Zockt wird halt vor allem ein Let's Play-Kanal, wie noch nicht nur, kleinere Sachen wie Let's Trys und so weiter, seht ihr ja, Vollslender zum Beispiel, und Ignite wird das nächste Projekt werden, nachdem das düstere Game Jericho abgeschlossen ist. Also bis dann, see you, fuck you, bla bla, das übliche, nette Abschlussgespräch, Zeugs, Dings, oder so. Tschüss!